RWA Schmuck – Finest Collections Herzlich Willkommen bei RWA Schmuck! Gerne möchten wir unser Henkelkreuz Ankh vorstellen. Die Größe des Ankh-Anhängers beträgt 6 cm, die Kettenlänge 50 cm plus 5 cm zum Justieren. Das Gesamtgewicht beträgt 22 g. Die Kette und der Anhänger sind aus hochwertigem 316L Edelstahl gefertigt, der auch als Chirurgenstahl bekannt ist. Der hochwertige 316L Edelstahl ist hypoallergen, trübt nicht ein und oxidiert nicht. Daher bleibt das Schmuckstück auch bei hohem Verschleiß ohne großen Pflegeaufwand langlebig schön. Ankh, das Henkelkreuz, ist auch bekannt als der Schlüssel des Lebens. Es symbolisiert Unsterblichkeit, Leben und Tod. Es war schon in den frühesten aufgezeichneten Zivilisationen, besonders in Ägypten vorhanden und wurde auch mit der Freude, der Lebensfreude, der Energie und der Fruchtbarkeit verbunden. Dieses Schmuckstück kann bei einer Vielzahl von Anlässen getragen werden. Es ist definitiv ein echter Augenfinger und wird deinen Stil und persönlichen Look hervorheben. Es könnte schon bald dir gehören. Wir haben nur eine limitierte Anzahl vorrätig und diese wird bald vergriffen sein. Worauf wartest du? Bestelle dieses außergewöhnliche Schmuckstück am besten noch heute. Selbstverständlich wird es in einem hochwertigen Schmuckkarton geliefert. RWA Schmuck Finest Collections